Dieser Look ist unvergesslich. Herzogin Meghan gräbt für ihren neuesten Auftritt einen ganz besonderen Schatz aus ihrem Kleiderschrank. Bei den Well Child Awards ehren sie und Prinz Harry herausragende Kinder und Jugendliche mit Behinderung und deren engagierte Pflegekräfte. Harry, der seit 2007 großer Unterstützer der Gemeinschaft ist, kann bei einer emotionalen Rede, in der er auch über Sohn Archie spricht, seine Tränen kaum zurückhalten. Auch für Meghan scheint der Abend besonders wichtig zu sein. Für den Anlass recycelt die 38-Jährige ihren berühmten Verlobungslook. Das tannengrüne Baumwollkleid passt der schönen Herzogin immer noch wie angegossen. Ende November 2017 trägt Meghan bei ihrem ersten großen TV-Interview nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung mit Prinz Harry das eng anliegende Dress mit dezenter Schleife an der Seite. Mantel und Pumps hält sie dieses Mal in warmen Brauntönen. Zwei Jahre zuvor strahlt sie bei herbstlichen Temperaturen in einem weißen Mantel mit hellen Highheels. Diesen trägt Meghan jetzt aber geschultert. Lässig auf der Schulter trappiert, erinnert er an ein modisches Cape. Fast schon königlich. Einen schöneren Look hätte die Herzogin von Sussex wohl nicht wählen können.